Und bei uns ist jetzt gleich der Löwe los. Unsere nächste Gruppe heißt nämlich Mama Lion. Sie kommt aus Kalifornien. Und die größte Attraktion dieser Gruppe ist sicherlich die Sängerin. Das ist hier Lynn Carey. Es gibt unheimliche Kritiken über diese Sängerin in Amerika. Man zieht Vergleiche zwischen Janis Joplin und ihr. Es geht hin bis zu Bessie Smith. Ob das alles stimmt, das werden wir jetzt gleich erleben. Are you ready? Okay, we can start. Das ist Mama Lion mit Candyman. Let me take you by the hand. Come on, sugar. Let me take you by the hand. Come to me. Let me take you by the hand. Ja, sweet, sweet thing, I love your candy, 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 candy. guitar solo Come on, baby, gonna treat you right, give you candy, 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 candy Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, das war Mama Lein.